Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Hallo! Oh und Epic, Moment mal, oben läuft schon die Zeit ab. Ich muss mal ganz kurz nochmal resetten. Ihr seht es schon. Wir haben hier einen Rewind, denn wir sind kurz davor, die Welt zu retten. Insgesamt haben wir 60 Sekunden Zeit gehabt, die Welt zu retten, weil es katastrophal ist, alles mögliche. Und ja, wir haben eine kleine Uhr gefunden, die sehen wir hier. Und damit können wir die Zeit zurückspulen. Und wir müssen jetzt ein paar Aufgaben machen, damit wir natürlich dann auch die Welt retten können. Und unsere erste Aufgabe ist es wahrscheinlich, erstmal hier rüber zu kommen. Und ich denke, wir müssen auf jeden Fall hier draufstellen. Und dafür brauchen wir noch eine Person. Und das bedeutet, ich muss mich irgendwie nochmal hier draufstellen. Ich weiß nicht ganz, wie das funktioniert. Und wir sehen es gleich, glaube ich, weil ich sehe dann gleich das andere Ich von mir. Moment mal. Wir sehen hier einen Steve eigentlich. Das bin aber ich eigentlich. Okay, ich hoffe, dass ich das bin oder nicht, dass du das bist. Das bin ich, glaube ich. Ah, bist du das. Okay, dann müssen wir das immer mit dir spielen. Okay, dann gehst du dich. Aber ich glaube, es wird trotzdem klappen. Ja, schnell draufstellen. Und schau mal, Katscha. Wir warten jetzt hier noch ein bisschen. Jetzt kannst du gleich die Zeit wieder zurückdrehen. Und dann können wir gleich noch meinen dritten Klon hier platzieren. Oh, das ist so nice. Okay, die ganze Zeit wird wieder zurückgedreht. Das macht richtig, richtig viel Spaß. Okay, jetzt werden wir auf den Klonen. Guck mal, jetzt sehen wir meine zwei Klone. Wie sie jetzt auf jeden Fall auf die Druckplatten gehen. Jetzt gehe ich hier auf die dritte. Jetzt können wir hier noch warten. Dann können wir gleich wieder zurückspulen. Und dann können wir ganz einfach hier drüber springen. Weißt du eigentlich, dass ich eigentlich auch jetzt schon drüber springen könnte? Hä? Eigentlich ist das doch... Aber ich werde dann... Ja, danke. Ja, jetzt müssen wir es schnell schaffen. Weil ich bin runtergefallen. Wegen dir. So, jetzt komm. Das schaffen wir schon. So, jetzt haben wir auf jeden Fall richtig euren Zeit. Die ganzen Klone stellen sich jetzt hier sofort auf die Button. Und wir können hier einfach drüber springen. Hopps, hopps, hopps. Da geht es hier entlang. So lange. Und zack. Ah, okay. Was haben wir hier? Das ist eine rote Keycard. Okay, use Keycard next to Iron Door to open them. Müssen wir wieder zurück? Ich glaube schon. Komm, wir beinig, wir beinig, Katja. Oh. Schnell, schnell. Oh mein Gott, das war so close. Okay. Ist das hier die... Oh, ja. Ja, ja. Okay, okay. Jetzt geht es hier weiter. Checkpoint. Ah, Checkpoint ist schon mal gut. Ich denke, wir müssen hier lang. Was passiert hier? Über dir. Ah, okay. Wir müssen den Weg zweimal laufen. Über dir entsteht auch ein Weg. Den müssen wir dann parallel gleichzeitig laufen. Okay, ich laufe jetzt hier nochmal zurück. Ich sehe hier gerade gar nichts, was ich machen soll. Soll ich mal langsamer laufen? Ja. Vielleicht. Okay. Also, ich glaube, das war jetzt kürzer mal gucken, ob das geklappt hat. Ich weiß es nicht. Oh, die Zeit wird wieder zurückgespult zum Checkpoint. Oh, wir starten hier. Ja. Okay. Ne, ich bin drüben. Oh mein Gott, das ist viel zu schnell. Ich bin viel zu schnell gelaufen. Ich bin... Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich muss mindestens dreimal laufen, wo ich echt gelaufen bin. Was ist denn da los? Moment mal, aber jetzt bist du, glaube ich, langsamer gelaufen. Ja, aber zu zweit wird es schon echt... Ja, super. Ich bin jetzt schon unten. Also, ich denke, jetzt müsste es klappen. Mal schauen. Äh, so... Oh, oh, so entlanglaufen. Oh, das hat richtig sehr gut. Oh, ich bin zu... Ja. Ja, ich laufe mal mit dir mit. Ähm, ja, hier hinten muss noch einer hin. Ah, okay. Ich laufe da auch mal hin. Ja. Ich glaube, das bringt aber nicht viel. Äh, das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Okay, warte mal. Wir können das wieder hochgängig machen. Ähm, ich glaube, wir müssen zwei Männchen auf jeweils eine Druckplatte platzieren. Okay, also ich denke, du wurdest wieder gezählt. Das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir rumgelaufen sind. Okay, ja, okay. Und dann, wenn es rechts offen ist, gehst du nach links. Ja. Oh. Oh, und oben ist auch noch was. Okay. Was müssen wir jetzt machen? Ähm, nichts. Du musst stehen bleiben. Ja. Glaube ich. Äh, oben könnte auch noch einer stehen. Äh, lauf mal hier in die Mitte. Lauf mal hier in die Mitte. Ja, ja, ja. Ähm, weil du musst irgendwie, äh, ja, ja, okay, dann, und jetzt noch wieder zurück. Langsam, nach links. Oh, ich muss auf die Zeit. La, los. Ich laufe so und so. Und ich glaube, dann könnte jemand da oben stehen. Ja, ja, okay. Dann bleibe ich hier kurz noch ein bisschen stehen. Noch ein paar Sekunden, so und so. Okay, jetzt können wir wieder zurückspulen. Ja. Oh, das ist sehr gut. So, Moment mal. Der erste müsste jetzt dann dahin gehen, der andere dann dahin. Und dann kannst du nach oben gehen und ich hoffe, dass das dann das letzte war. Oh, ja, ja, okay. Guck mal, wie du rüber gesprungen bist. Ah, ah, ah. Oh, jetzt hat sich der Weg hier in der Mitte ergeben. Okay, okay. Jetzt laufe ich hier gleich wieder zurück und muss gleich den Weg oben da oben drauf laufen. Ja. Okay, okay. Okay, du kannst laufen, glaube ich. Oh, ja, ja, okay. Oh, ich habe richtig noch viel Angst. Okay, und jetzt, äh, das schaffst du. Das schaffst du. Hopps, bin hier oben und ja. Und ja. Okay, und jetzt. Okay, und jetzt kann ich hier noch warten. Ach so. Und jetzt. Okay, okay. Und die nächste Figur muss dann geradeaus weiterlaufen. Okay, das ist sehr gut. Aber was ist dann da geradeaus? Und warum ist hier auch noch eine? Aber da ist ja keine... Zurück, jetzt schon? Ah, okay, Moment mal. Ich verstehe. Wir warten mal, bis jetzt alles passiert ist. Und dann können wir oben drüber langlaufen. Und, ähm, dann müssen wir nochmal zurückspulen. Und dann bekommen wir auf jeden Fall die blaue Karte. Epic, du musst gleich rennen. Ich renne mit. Oh, ich habe es schon nicht geschafft. Oh, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht. Oh mein Gott, du schaffst es. Du schaffst es nicht. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ich habe die blaue Karte. Ich habe auch jetzt die blaue Karte. Nice. Sehr gut. Dann können wir uns jetzt zurückspulen lassen, oder? Ja. Ja. Perfekt. Okay, dann können wir durch den nächsten Raum. Ich bin mal gespannt, wie viele Räume es überhaupt gibt. Okay. Oh, wollen wir erstmal resetten? Die brauchen wir doch gar nicht, oder? Ja. Oh, ja. Okay. Alles gut. Sehr gut. Checkpoint. Sind die jetzt alle weg, die Epics? Ja. Ja, okay, alles klar. Was müssen wir hier machen? Blub, blub, blub. Äh. Okay. Ah. Ne, keine Ahnung. Oh, müssen wir den... Ah, ich weiß es. Wir müssen, glaube ich, auf jeden Block einmal draufgehen. Ja, gut. Und nicht doppelt draufgehen. Oh. Okay, okay, das ist sehr gut. Ja, ja, ja. Und jetzt? Also, das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Okay, schau mal, Katja. Ich gehe hier mit meinem ersten Klon hier drüber. Dann kann ich hier drüber so gut so... Ah, okay. Moment mal. Aber wie kommst du an den Anfang? Vor allem, du bist jetzt schon draufgetreten einmal. Wir müssen resetten. Oh, ja. Aber verstehe ich so nicht? Ach, du kannst auch von der anderen Seite dann starten. Ja. Ach so. Dann geht es hier entlang. Schnell hier weiter. Schnell hier weiter. Und zack und zack. Okay. Dann bleibe ich hier auf jeden Fall ein bisschen stehen. Das ist sehr gut. Und dann können wir gleich wieder zurückspulen und von der anderen Seite auch wieder betätigen. Sehr gut. Und stell die andere Seite. Ah, ja, ja. Easy. Das kriegen wir hin. Ich glaube, du musst ja nur noch drei Stück oder so dann betätigen. Ja. Plupp, 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 plupp. Wie schnell das geht. Also, haben wir es geschafft? Ich glaube schon. Okay, also ich habe nichts gedrückt. Äh, hat sich die Schuhe geöffnet? Es hat sich ein neues gemacht. Also, es gibt noch eins. So, das macht so viel Spaß. Okay, okay. Ich kann nicht drauf. Ich gucke mir an, was sich der Professor hier nochmal ansieht. Das ist ein, keine Ahnung, ein Eisbär. Warten, warten. Ich warte. Ah, du musst jetzt von den drei Seiten das noch machen, gell? Ja. Ja, dann warte hier ein bisschen länger bei dem ersten. Okay, warte mal. Du musst jetzt noch einmal laufen. Bitte hier lang. Okay. Ah, ich dachte, du musst noch zweimal laufen. Egal, egal. Wir haben es geschafft. Äh, so. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ja, noch eins. Das ist das nächste. Okay, das skippen wir kurz. Das machen wir. Auf Cam. Und Epic, wir haben es geschafft. Nicey nice. Ich hoffe. Denkst du, es kommt noch eins? Nein. Oder? Nein, nein, nein. Nein, tatsächlich. Wir haben. Oh, da sehen wir uns wieder. Okay, alles klar. Wo geht es hier lang? Da sehen wir uns wahrscheinlich auch. Okay, hier müssen wir uns wieder hinstellen, glaube ich. Also, du musst dich wieder hinstellen. Warten, warten, warten. Dann warten wir mal, bis die Zeit bei E ist. So, ich glaube, das haben wir jetzt alles geschafft. Warum ist hier eigentlich so eine Wand? Ist das dann eine Treppe da drüber? Äh. Hä? Oh nein. Denkst du, wir müssen irgendwie besonders springen oder so? Nein, ich glaube, wir hätten von der Druckplatte kurz weg müssen, wieder hin. Als ob. Oh, oh. Welch ist denn das? Ja, super. Wir können ja keinen Einzelnen hier. Och, nee. Wir müssen resetten. Och, nee. Nur wegen dem einen Ding. Oder kannst du irgendwie so da drumspringen? Nee, gell? Nein. Na, resette. Och, Mann. Hä? Wie blöd. Okay. Also, wir denken, wir haben es jetzt geschafft. Beziehungsweise, ja, der Epic muss sich ja immer hinstellen. Okay. Von dort geht es nach da. Und dann kommt noch eins, oder? Ja. Ja, genau. Hier hin. Okay, alles klar. Hopps, hopps. Geschafft. Yay. Aber es war schon härter, als man dachte, okay, dann geht es jetzt hier weiter. Und dann geht es hier hoch. Oh, ich sehe nichts. Ich sehe dich. Oh, oh. Checkpoint. Okay, oh, nee. Was müssen wir denn hier machen? Okay, ich glaube, wir müssen... Ah, nee, müssen wir bewegen. Guck mal. Hier unten. Oh, tatsächlich. Ähm, aber wohin? Ähm, ich denke, eventuell dahin. Oh, nee, oder? Ah. Moment mal. Warte mal, wir können ihn erstmal rumschieben. So und so. Und dann müssen wir das hier irgendwie... Guck mal. Also, oh. Ich glaube, du musst nochmal hier hin. Nein, nein, nein. So weit. So, und jetzt? Aha. Dann? Warte mal. Wir können ihn hier nicht weiterschieben. Ach so. Wir können ihn, glaube ich, nur auf diesem, diesen Weg hier schieben. Okay, aber irgendwas muss ja sein mit dem Schieber. Ach, das ist ein Jump'n'Run. Äh, wir haben keine Zeit mehr. Wollen wir mal gucken, was... Ah, und was ist hier dann? Oh. Die haben wir hier. Ah, oh. Äh. Ja, jetzt ist es Rewind. Äh, ich glaube, wir sollten resetten. Lass mal resetten nochmal. Gut, dann gehen wir das einmal so rummachen. Und ich glaube... Kannst du das mal machen? Weil ich weiß nicht, ob ich oder du aufgenommen wirst. Und dann müssen wir das nochmal hier hin irgendwie schieben. Ich glaube, hier hin schieben. Ah, das... Ich stelle mich mal hier hin. So. Ähm. Okay, jetzt können wir das Jump'n'Run machen. Und jetzt... Ah, hier oben. Ja. Aber wie kommst du denn? Geh mal durch Schlaufen. Du musst, glaube ich... Ah ja, genau, hier. Okay, okay. Sehr gut. Ja, okay. Dann... Und jetzt? Hä? Und jetzt? Ja, okay. Hier lang? Gibt es hier nochmal irgendwas, was du hier so aktivieren kannst? Oh, warte. Vielleicht muss ich die wieder zurückschieben und auf vorne hinstellen. Boah, das dauert ja Jahrzehnte. Und dann? Warte, schnell, schnell, schnell. Vielleicht schaffen wir es. Schnell, 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 schnell. Andersrum. Aber ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wohin. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob das was hilft. Mal gucken. So, Moment mal. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir können weiter. Wir mussten oben nur was hier hin platzieren. Ist das das Ende? Haben wir die Welt gerettet? Wir haben eine grüne Keycard bekommen. Okay, ich glaube, damit können wir dann nach links gehen. Wir haben noch nicht die Welt gerettet. Hallo? Ja. Okay. Oh, oh. Oh, was ist hier los? Muss sich hier wirklich jeder einmal hinstellen? Ich weiß nicht. Guckt er hier sich auch Eisbären an? Tatsächlich. Ey, was ist aber, warum? Was zum Teufel? Ja. Äh, was passiert hier eigentlich? Seid ihr? Ja? Wo bin ich? Wo bist du? Ah, ja. Hallo? Okay. Hä? Wir können hier einen hinstellen. Auf jede, ne, Druckplatte einer. Okay. Okay, ich denke, wir werden es jetzt haben. Wir müssen uns eigentlich nur noch auf das Letzte hier stellen. Wenn alle stehen. Dann ist immer noch nicht alles richtig. Oh nein! Moment mal. Also da hinten auf jeden Fall muss ja die Lampe angehen. Jetzt müsste hier, glaube ich, einer runter. Ah, warte. So und. Ah, endlich. Nicey. Okay, Moment mal. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier solche wieder grün färben. Okay, jetzt gehe ich hier runter. und gehe das hier nochmal ein bisschen woanders hin platzieren. Ich hoffe, das zählt nicht als... Ah, wie bekomme ich denn das jetzt hier wieder raus? Das ist eher die Frage. Äh... Äh, Zeit zu spulen. Oh, nee. Und Epic, Moment mal. Wir haben es weiter geschafft. Und jetzt müssen wir hier lang. Okay. Und hier ist eine Karte. Ich hoffe, wir können damit die Welt retten. Die Orangen. Oh, nee, die Gelbe. Wow. Nice. Und Moment mal. Wir haben es geschafft mit der Gelben. Und ich kann jetzt hier den Skybuster... Also, guck mal. Und... Wie mache ich denn das? Oh. Oh, moin. Du hast das einfach gemacht. Oh, sie gratuliert uns. Dankeschön. Wir haben die Welt gerettet. Epic, schau mal. Ähm. Was ist mit ihr? Oh Gott. Und Epic, ich konnte gar nicht richtig das Feuerwerk sehen. Aber ich höre es noch ein bisschen. Aber das hat ja wirklich richtig viel Spaß gemacht. Ich habe sowas noch nie in Minecraft gesehen, dass du einfach wirklich die Zeit zurückdrehen konntest. Das hat so viel Spaß gemacht. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, hey, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.